Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Das heutige Video behandelt das Thema Locator-Prothese. Eine Locator-Prothese ist eine Prothese mit einem bestimmten Verbindungssystem zwischen Prothese und Implantat. Die Locator-Prothese wird meistens auf Totalprothesen im Unterkiefer oder im Oberkiefer gemacht. Ich zeige hier jetzt gleich ein Beispiel einer Locator-Prothese, die wir angefertigt haben in unserer Praxis. Gehen wir gleich direkt zu dem Fall. Es handelt sich um einen Patienten, der vorher keine Zähne hatte. Der hat eine Totalprothese getragen und er hatte jetzt den Wunsch, einen festeren Zahnersatz zu bekommen, der zwar herausnehmbar ist, aber sich fest anfühlt auf Implantaten. Und ganz, ganz wichtig ist ihm gewesen, dass diese Versorgung gaumenfrei ist, sodass er auch mehr schmecken kann. Weil Totalprothesen minimieren sozusagen den Geschmackssinn, weil am Gaumen schmecken wir Menschen auch. Ja, also der Geschmackssinn ist nicht nur auf der Zunge, sondern auch im Gaumenbereich vorhanden. So, hier auf diesem Foto sieht man jetzt diese vier Metallkappen. Diese sind verbunden mit dem Implantat. Man muss sich das so vorstellen, wir haben diese vier Implantate gesetzt. Es ist dann geschlossen eingeheilt. Das heißt, dass wir nach der Implantation das Zahnfleischkomplett zugemacht haben. Das war dann sechs Monate geschlossen, konnte sechs Monate einheilen. Und nach den sechs Monaten haben wir das dann aufgemacht. Dann kamen sogenannte Gingiva-Former drauf, die zwei bis drei Wochen drin geblieben sind, bevor wir dann in dieser jetzigen Situation diese Kappen drauf gemacht haben, um den Abdruck zu nehmen, damit der Zahntechniker weiterarbeiten kann. So, das nächste Foto zeigt dann auf diesen Metallkappen diese blauen Kappen, die wir drauf geschülpt haben, damit wir dann anschließend den Abdruck nehmen. Und diese blauen Kappen bleiben dann im Abdruck stecken. Das sieht dann folgendermaßen aus. Man sieht diese vier blauen Kappen, der Abdruck. Und mit diesem Abdruck fertigt der Zahntechniker das Meistermodell an. Das Meistermodell, wo dann auch in diese blauen Kappen das Laboranalog kommt. Das Laboranalog ist sozusagen das Modellimplantat, worauf dann der Zahntechniker weiterarbeitet. So, der Zahntechniker hat dann auf sein Modell das Laboranalog, worauf er dann das Laborlocator drauf dreht und die Prothese anfertigt. Dazu braucht er natürlich nach dem Meistermodell eine Bissnahme. Und dann kann er die Zähne aufstellen. Und dann bekommen wir beim Einsetzen der Prothese die Situation. Wir schrauben die vier Lokatoren auf die Zähne drauf. Und wir setzen die Prothese ein. Und diese Prothese, wie gesagt, die ist gaumenfrei. Und die muss auch vom Rand her keinen richtigen Funktionsrand haben, weil die muss ja nicht saugen, da sie über die Prothese, über die Implantate sozusagen hält. So, die Prothese noch einmal vom Gaumen aus gesehen. Gaumenfrei. Das erlaubt viel mehr Freiheiten für diesen Patienten als für einen Patienten, der eine Totalprothese trägt. Und dann zeigen wir nochmal die Prothese an der Innenseite. Hier habe ich die Prothese jetzt nach einer vierjährigen Tragedauer fotografiert. Und zwar sind diese zwei grünlichen Kappen ursprünglich immer blau gewesen. Und die zwei orangenen sind unverändert. Und man erkennt auch, dass an der linken orangenen Kappe so eine Abschürfung im Kunststoffteil vorhanden ist. Es ist folgendermaßen, Lokatoren sitzen sehr gut und haben eine sehr lange Haltbarkeit. Und diese Plastikteilchen, die hier drin sitzen, können lange halten, je paralleler die Implantate zueinander sind. Sind die Implantate nicht parallel zueinander, gibt es sehr früh schon diese Abnutzungen in der Matrize, die dann zum Haftverlust der Lokatoren führt. Das heißt, man müsste dann, je nachdem, wie schnell diese Matrizen sich abnutzen, ausgewechselt werden. Genau, das ist die Matrize. Das Gegenteil, was wir vorhin schon gesehen hatten, auf den Implantaten, das hier, das nennt sich Patritze. Matrize und Patritze. Genau. Und Alternativen jetzt zu den Lokatoren wären jetzt zum Beispiel machbar mit Teleskopen, die eine sehr gute Versorgung, also hochwertigere Versorgung, als zum Beispiel jetzt mit Lokatoren darstellt. Man könnte aber auch eine Stegprothese anfertigen. Das ginge auch. Ich wollte euch hier das Beispiel der Lokatorprothese mal vorstellen, was machbar ist, besonders gut machbar bei Unterkiefern, wo sehr, sehr wenig Knochen vorhanden ist, um eine Unterkieferprothese zu stabilisieren, was meistens im Unterkiefer fast gar nicht machbar ist. Und es kommt sehr, sehr selten vor, dass eine Unterkieferprothese auch wirklich gut saugt. Okay, das zu der Lokatorprothese. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken. Teilt das, wenn das für euch interessant gewesen ist, mit Leuten, die das vielleicht auch interessieren könnte. Und abonniert unseren Kanal und kommentiert unsere Videos. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, von solchen Versorgungen, ob ihr damit Erfahrungen habt und ob das bei euch gut hält. Oder schreibt eure Meinung. Alles Gute euch allen und bis zum nächsten Video.